Was ist eine Magnetbohrmaschine eigentlich? Eine Magnetbohrmaschine ist eine besondere Art von Bohrmaschine, die zum Einsatz kommt, wenn herkömmliche Bohrmaschinen nicht mehr ausreichen. Magnetbohrmaschinen zeichnen sich durch eine besondere Bauweise aus. Wie funktioniert die Magnetbohrmaschine? Direkt nach der Inbetriebnahme entfaltet der Magnet seine Anziehungskraft. Das Bohrstück wird infolgedessen an die Bohrmaschine in einer bestimmten Position fixiert. Was ist der Einsatzbereich einer Magnetbohrmaschine? Der Einsatzbereich unterscheidet sich von herkömmlichen Bohrmaschinen. Denn konventionelle Bohrmaschinen aus dem Handel verfügen nicht über den Magneten, den eine Magnetbohrmaschine auszeichnet. Worauf musst du bei der richtigen Anwendung achten? Bei der Anwendung solltest du darauf achten, dass du Wert auf deine individuelle Sicherheit legst. Das Tragen einer Schutzbrille sollte obligatorisch sein, da die angezogenen Metallspäne durch den Raum fliegen können. Schäden für die Augen wären die vermeidbare Folge. Welche für Vor- und Nachteile hat eine Magnetbohrmaschine? Vorteile eines solchen Werkzeugs sind die genaue Fixierung, die einfache Handhabung sowie das komfortable Bohren bei magnetischen Stoffen. Was für Bohrer werden bei einer Magnetbohrmaschine eingesetzt? Bei Magnetbohrmaschinen werden besondere Bohrer eingesetzt. Denn aufgrund der magnetischen Anziehungskraft müssen die Bohrer besonders widerstandsfähig sein. Wofür sollten Magnetbohrmaschinen nicht genutzt werden? Eine Magnetbohrmaschine sollte ausschließlich zum Bohren von Stahl und vergleichbaren Stoffen eingesetzt werden. Holz, Beton oder Kunststoff sind keine geeigneten Werkstoffe. Wo kannst du eine Bohrmaschine mit Magnet kaufen? Je nach deinen bevorzugten Einkaufsgewohnheiten kannst du eine Magnetbohrmaschine sowohl im Internet als auch in diversen Baumärkten erwerben.